Auf einer Brücke ziemlich hoch hält ein Mann die Arme auf. Da steht er nun und zögert noch, die Menschen strömen gleich zu auf. Auch ich lass mir das nicht entgehen, das will ich aus der Nähe sehen. Ich stell mich in die erste Reihe und schreie. Der Mann will von der Brücke steigen. Die Menschen fangen an zu hassen, bilden einen dichten Reigen und wollen ihn nicht nach unten lassen. So steigt er nochmal nach oben und der Mob fängt an zu toben. Sie wollen seine Innereien uns freien. Schwing, 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 erlöse mich. Schwing, enttäusch mich nicht. Schwing für mich, springen sie nicht. Schwing. Jetzt hängt der Mann zu weinen an. Eigentlich schiebt sich eine Wolke. Fragt sich, was hab ich getan? Vor die Sonne, es wird kalt. Ich wollte nur zur Aussicht gehen. Die Menschen saufen aus den Reihen und in den Abendhimmel sehen. Und sie schreien. Schwing, schwing, sie schreien. Schwing, 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 erlöse mich. Schwing, enttäusch mich nicht. Schwing, für mich springen sie nicht. Schwing. Heimlich schwing, 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 schwing Von dieser Schmach Ja Und schrei ihm nach Schwing Erlöse dich Enttäusch mich nicht Spring, spring für mich Schwing Enttäusch mich nicht Schwing Erlöse mich, spring Enttäusch mich nicht, spring für mich Sprenget sich, spring Einlich schiebt sich eine Wolke vor die Sonne Es wird kalt, noch tausend Sonnen brennen Nur für dich Ich steig mich heimlich auf die Brücke Tret ihm von hinten in den Rücken Erlöse ihn von dieser Schmach Ja, und schrei ihm nach Ja, und schrei ihm nach Erlöse dich Enttäusch mich nicht Spring, spring für mich Enttäusch mich nicht Ja, und schrei ihm nach Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020